Musik Drei lange Jahre musste man sich gedulden, aber jetzt ist es endlich soweit. Die Meisterschaft geht erstmals nach 2019 wieder nach Spandau. Im dritten Spiel der Best-of-Five-Serie machen die Wasserfreunde mit einem 12 zu 9 gegen Waspo im dritten Finalspiel den Titel perfekt und entscheiden die Endspielserie mit 3 zu 0 Siegen für sich. Wir haben uns diese Saison sehr verdient. Wir haben mit dem neuen Trainer viel trainiert, anstrengend trainiert. Das war eine hohe Intensität. Ich denke mal, wir als Sieben, wir haben uns das erkämpft, sage ich mal, und wir verdienen diesen Sieg. Insgesamt ist es nach Supercup und DSV-Pokal das siebte Aufeinandertreffen in dieser Saison. Die Bilanz spricht für die Spandauer in den schwarzen Kappen, die auch heute den besseren Start erwischen. Andrej Priotersa trifft zum 3 zu 1 für die Gastgeber. Die Partie der Erzrivalen, wie immer, sehr leidenschaftlich. Dennoch behalten die Spandauer den kühleren Kopf. Marin Restowitsch mit dem 7 zu 3, erste Viertoreführung für die Berliner. Halbzeitstand 7 zu 4, Vorteil Spandau. Wir sind eine junge, erfahrene Mannschaft. Spandau konnte diese Saison mit vielen erfahrenen Spielern hart trainieren. Das hat am Ende, glaube ich, auch schon den Aufschlag gegeben. In den zwei vorangegangenen Spielen musste immer eine Entscheidung im 5-Meter-Werfen her. Darauf hatte Torhüter Laszlo Bakja heute aber keine Lust. Er hält sein Team immer wieder im Spiel, auch wenn den Hannoveranern der Anschluss zum 10 zu 9 gelingt. Das Spiel war generell 90 Prozent in unserer Hand und war ein 2-3 Minuten Blackout. Und dann kommt zurück Waspo. Na ja, und dann das Ende. Aber war sehr wichtig und das Spiel hat gewonnen. Das war das sehr Wichtigste. Die Endphase, wie es sich für ein Meisterschaftsspiel gehört, sehr hitzig. Dennoch schaffen es die Spandauer sich abzusetzen. Und dann ist es Luca Mazziali, der mit seinem Tor zum Endstand von 12 zu 9 trifft und den Spandauern die 38. Meisterschaft der Vereinsgeschichte beschert. Der perfekte Abschluss für eine perfekte Bundesliga-Saison der Wasserfreunde Spandau. Ohne Niederlage, sowohl in der Liga als auch in den Playoffs. Und ich denke mal, dass wir auch insbesondere in dieser Saison es wichtig war, Erster zu werden, weil wir dadurch in der Champions League nächste Saison spielen können. Denn zur nächsten Saison bekommt nur der deutsche Meister eine Wildcard für die Champions League. Apropos, groß mitfeiern ist heute noch nicht so viel, denn am Dienstag geht es schon nach Belgrad zum nächsten Champions League-Spiel. Natürlich mit dem Meisterschaftspokal im Gepäck. Bis zum nächsten Mal.